Jetzt kommt der Eriks. Der Mensch hat nicht das Recht, über die Tiere zu urteilen. Sie stammen aus einer anderen Welt, die älter und vollständiger war als unsere jetzt. Ihre Erscheinung ist besser und vollständiger. Sie haben Eigenschaften, die wir verloren oder nie erreicht haben. Sie sind keine Untertanen. Sie gehören einer anderen Welt an und sind nur durch Zufall mit uns zugleich ins Netz der Zeit gefallen, die wir Glanz und Plage zugleich für die Erde sind. Von Henry Bisping Dich bis zum Beispiel